Die Schusswaffenentwicklung in Europa verlief vor dem 19. Jahrhundert sehr langsam. Das Braun-Bess-Steinschloss-Infanterie-Gewehr, das 1722 in den Dienst gestellt wurde, kam in die Zeit der Napoleon-Kriege ohne wesentliche Veränderungen. Jedoch machte der Fortschritt im Bereich der Schusswaffen im 19. Jahrhundert viele große Schritte nach vorn. Die Gewehre veralterten ein paar Monate nach der Indienststellung. Für das russische Imperium war diese Entwicklung besonders schmerzhaft, da die Industrie nicht sehr weit entwickelt war. Anfang des 19. Jahrhunderts befand sich eine große Zahl verschiedener Gewehre im Dienste der russischen Armee. Manche nennen es auch kurz das Waffenzoo. Besonders nach dem Ende des Napoleon-Krieges 1812 standen im Dienste der russischen Armee Steinschlossmusketten aus der Zeit des Peter des Großen. Außerdem britische Gewehre Brown-Bess, die kurz vor dem Krieg von 1812, aber auch während des Krieges gekauft wurden. Ein Teil dieser Gewehre hatte ein für russisches Imperium unpassendes Kaliber. Ein Teil der von Franzosen erbeuteten Gewehre standen ebenfalls im Dienst. Die Vielfalt war wirklich groß. Durch eine Inspektion wurde festgestellt, dass die Infanterie alleine Gewehre im Dienst hatte, mit 27 verschiedenen Kalibern. Von 0,5 Zoll bis 0,9 Zoll war alles vertreten. Dabei wurde von manchen Einheiten auf Anfragen der Inspektion nach vorhandenen Kalibern geantwortet, dass man keine Messinstrumente habe, um die Kaliber auszumessen. Stattdessen schickte man einen Laufabdruck, den die Kommission selbst ausmessen sollte. Das betraf die Hauptmasse der Gewehre, die Glattrohre und ein Steinschloss hatten. Außer diesen gab es jedoch eine reichhaltige Auswahl an Stutzen mit gezogenem Lauf, Kavaliergewehre und so weiter. Das tatsächliche Ausmaß ist schwer vorzustellen. Die Tatsache, dass damals nicht unbedingt eine einheitliche Munitionsversorgung notwendig war, machte das Ganze nicht so schlimm. Obwohl es schon damals Versuche gab, auf eine zentrale Munitionsversorgung umzusteigen. Für die Patronen im damaligen Sinne, also eine Papiertüte, die eine Kugel und die zugehörige Pulvermenge beinhaltete. Doch das gelang nicht aufgrund der fehlenden Standardisierung. Jedoch konnte jeder Soldat bei Bedarf selbst die Kugel mit dem Kaliber gießen, das sein Gewehr brauchte. Der Fortschritt ging aber immer schneller im 19. Jahrhundert und die Gewehre, die vorher über 150 Jahre lang genutzt wurden, veralterten. Eine der bedeutendsten Erfindungen war die Minier-Kugel. Diese hatte den Ladeprozess von Gewehren mit gezogenem Lauf erheblich erleichtert. Vorher musste die Kugel in einen gezogenen Lauf quasi reingeklopft werden. Aber sehr vorsichtig, damit sie nicht geplätet wird. Oder sich anderweitige technische Aushilfe suchen. Dafür existierten spezielle Kugeln, die eine längere Ausprägung hatten, die sehr vorsichtig in die entsprechende Vertiefung im Lauf gesteckt werden sollte. Die Miniergeschosse hatten eine sich ausweitende Kappe. Diese wurde in den Lauf ganz normal eingeführt, wie die Bleikugeln vorher. Dabei hatte das Miniergeschoss eine Vertiefung am hinteren Teil. Beim Schuss haben die Pulvergasse die Minierkugel gespreizt und in den Dreil reingedrückt. So wurde der Schussprozess mit einem Dreilgewehr stark vereinfacht. Zwar gilt es, dass die bei den verbündeten Franzosen Engländern hauptsächlich vorhandenen Gewehre mit gezogenen Läufen einer der Hauptgründe für die Niederlage Russlands im Krimkrieg war. Das entspricht nicht ganz den Tatsachen. In diesem Krieg hatte Russland genügend andere Probleme, wie zum Beispiel taktische oder organisatorische. Jedoch für die Gesellschaft wurde es damals als Hauptgrund genannt und der Rückstand in der Bewaffnung wurde zu einem schmerzhaften Trauma. Daher wurde nach dem Ende des Krimkrieges eine große Aufmerksamkeit dem Aufholen des Rückstandes in der Bewaffnung gegenüber dem Westeuropa zugeteilt. Der erste Versuch, der in diese Richtung unternommen wurde, war der Versuch der Einführung eines Standardgewehres des Jahres 1858, um den Zoo der Kaliber in den Griff zu kriegen durch die Einführung von Standardkalibern. Doch währenddessen wurde klar, dass die Gewehre mit einem Steinschloss nicht mehr dem Start der Technik entsprechen. Im Westen steigte man aktiv auf Zündnadelgewehre um, die viel zu verlässiger waren. Also musste Russland auch wieder nachziehen, um nicht zurückzubleiben. Man ging hier zwei Wege. Erstens wurden verschiedene Muster von Zündnadelgewehren der eigenen und der ausländischen Entwicklung ausprobiert. Zweitens hatte man versucht, die vorhandenen Gewehre auf Zündnadel umzubauen. Das war nicht allzu schwierig. Man musste nur das Brandröhrchen gegen einen Kanal für die Zündnadel und das Steinschloss gegen einen gewöhnlichen Abzug austauschen. Doch bevor sie diese Projekte durchführen konnten, stellte sie sich raus, dass auch diese Varianten schon veraltet sind. Es wurde erkannt, dass ein Umstieg auf Hinterladergewehre notwendig ist. Dies beschleunigte die Schussrate enorm. Der Ladevorgang durch den Lauf war sehr komplex und umständlich. Die Praxis zeigte die Überlegenheit der Hinterladergewehre im österreich-preußischen Krieg, wo die Dresel-Zündnadelgewehre den Preußen einen hohen Vorteil gaben. Diese Waffen brachten eine große Änderung in den Infanteriekampf ein. Wo man früher die Frontlader im Stehen nachladen musste, im Liegen war das praktisch unmöglich. So konnte man die Hinterladergewehre schnell auch im Liegen nachladen. So wurde die angreifenden österreichischen Reihen durch die Preußen mit ihren Zündnadelgewehren abgemäht. Also bekam man das auch in Russland mit und war wieder gezwungen nach neuen Systemen für die Armeebewaffnung zu suchen. Es fanden wieder Umbauten statt. Vorhandene Frontlader wurden auf Hinterlader umgebaut. Man sah sich um im In- und Ausland, da den Russen die Schwäche der eigenen Industrie damals sehr gut bekannt war, wurde angenommen, dass die ersten Exemplare im Ausland bestellt werden, um die schnelle Versorgung der Armee sicherzustellen. Später dann würde die Herstellung auch in Russland anlaufen. Die höchsten Erwartungen wurden in die amerikanische Mission gesteckt, da die amerikanischen Staaten zu der Zeit einen der treuesten Verbündeten für Russland darstellten. Die beiden Länder arbeiteten stark zusammen gegen Hegemonie von Großbritannien. Bei dem amerikanischen Bürgerkrieg unterstützte Russland die Nordstaaten, die Yankees. Daher hatte die russische Mission in den USA freie Hand bei der Waffenauswahl bekommen. Es wurde ihnen Zugang zu den neuesten Entwicklungen gewährt und auch die aktuellen im Dienst befindlichen Modelle vorgestellt. Am interessantesten fand die russische Mission das Gewehr von Berdan. Heiran Berdan war ein amerikanischer Erfinder und Oberst bei der Armee. Er war maßgeblich bei der Erschaffung des ersten Scharfschützenregiments der nordamerikanischen Armee beteiligt. Das Gewehr, das die Russen so interessiert hat, war ein Hinterladergewehr mit einem Zylinderverschluss. Die Amerikaner selbst hatten kein Interesse an ihm, doch die russischen Experten haben das in ihm vorhandene Potenzial eingeschätzt. Sie haben das Gewehr von Berdan zur Indienststellung empfohlen, unter der Voraussetzung, dass es angepasst wird an die Forderungen der russischen Armee. Die Nachbearbeitung wurde in den USA vollzogen. Am Vertrag waren drei Parteien beteiligt, weil auch die Patente anderer amerikanischer Erfinder betroffen waren. Die dritte Partei war die Firma Colt. In der Fabrik von Colt wurde die erste Serie der Berdan-Gewehre für Russland gefertigt. Mit Erforderungen der russischen Mission wurde auch die Patrone überarbeitet. Und so kam das Berdan-Gewehr Nummer 1 in die russische Armee, das als ein sehr gelungenes Gewehr für seine Zeit gilt. Es wurde mit diesem in der Serie gefertigten Gewehr Schießmeisterschaften gewonnen, an denen auch Schützen mit speziell gefertigten, sehr teuren, sehr präzisen Gewehren teilnahmen. Im Endeffekt bekam die russische Armee ein für die damalige Zeit sehr modernes, zuverlässiges und genaues Gewehr. Es schien alles würde gut ausgehen, doch es gibt ein Sprichwort, das lautet, das Bessere ist des guten Feind. In diesem Fall war Berdan selbst der Feind des Guten. Eventuell war er mit dem Vertrag nicht zufrieden, da drei Parteien beteiligt waren. Also kam Berdan selbst nach St. Petersburg in Russland und demonstrierte das, was später zum Berdan-Gewehr Nummer 2 wurde. Ebenfalls ein Hinterladergewehr. Aber diesmal mit einem Drehkopfverschluss. Dieser übertraf den aus dem Gewehr Nummer 1, wie die Experten in St. Petersburg entschieden haben. Er war einfacher, leichter in der Herstellung und in der Handhabung für die Soldaten. Also wurde das Gewehr Berdan Nummer 2 kurzerhand in Dienst gestellt, obwohl das Berdan Nummer 1 erst wenige Jahre im Dienste stand. Der gesamte Prozess nahm nur wenige Jahre ein. Von dem für Russland missglückten Krieg Krim in 1856 bis zur Indienststellung des Berdan-Gewehres in 1868 vergingen also nur zwölf Jahre. In dieser Zeit wechselten sich um die sechs verschiedenen Gewehrtypen im Dienste der Armee ab. Man bestellte ein neues Gewehr für die Armee in großen Stückzahlen. Dabei kam es zu der Notwendigkeit nach moderneren Waffen. So kam es, dass bei Russisch-Osmanischem Krieg 1877 ein Teil der Armee mit Berdan-Gewehren bewaffnet war, ein Teil der Armee mit den älteren Gewehren vom Krönk. Natürlich gab es dabei Probleme mit der Munitionsversorgung. Ältere Gewehre versuchte man in die entlegensten Regionen des Imperiums zu schaffen. Dort sollten auch die Zündnadelgewehre mit Papierpatronen ausreichen. Den Versorgungseinheiten schaffte man keine Freude damit, da bereits veraltete Gewehre immer noch im Dienste standen und eine Munition und Ersatzteilversorgung brauchten. Die Logistik im russischen Imperium hinkte im 19. Jahrhundert mit beiden Füßen. Die Logistik musste stark ausgebaut werden, da es nicht mehr ausreichte etwas Blei und Schießpulver in die Einheiten zu schaffen, sondern es musste jetzt Einheitspatrone angeschafft und ausgeliefert werden. Für das industrie-schwache russische Imperium war das eine hohe finanzielle Belastung, da auch die ersten Serien der Gewehre in den USA gekauft wurden, bevor die Lizenzfertigung in Russland anlaufen konnte. Die mehrmalige Umrüstung der Fabriken in kürzester Zeit auf verschiedene Musterstücke schluckte auch einen großen Teil der Finanzmittel. Mit der Indienststellung des Berdan-Gewehres Nummer 2 schien es so, dass Stabilität in die Sache eingekehrt ist. Jedoch führte man bereits zu dieser Zeit im Westen wie auch in Russland Diskussionen, dass man ein Gewehr mit einem kleineren Kaliber bräuchte. Dies würde bei gleichbleibender Kampfstärke die zu transportierende Munitionsmenge erhöhen und so die Versorgungssituation verbessern. Die Kosten der Munition würden so auch reduziert werden, zudem sollte ein Gewehr auch ein Magazin bekommen. Es war schon eine Zeit lang bekannt, dass Magazingewehre bestimmte Vorteile aufweisen. Mehrere Muster wurden in Russland erprobt, jedoch keines davon konnte bislang überzeugen, obwohl das eine oder andere ausländische oder auch hiesige Exemplar durchaus interessant war. Also wusste man, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht worden ist. Es wird noch mindestens eine weitere Umrüstung notwendig sein. Diesmal ging man die Sache gründlich an. Es wurde eine große Arbeit durchgeführt zur Erschaffung der Munition, die für damalige Verhältnisse ein kleines Kaliber von 7,62 mm, also drei Linien, hatte. Im Vergleich zum 6-Linien-Gewehren mit 15 mm Kaliber und dem Berdan-Gewehr mit 10 mm Kaliber. Es wurde eine Ausschreibung zur Erschaffung eines Gewehres zu dieser Patrone durchgeführt. In dieser Ausschreibung gewann das Modell von Hauptmann Sergei Mosin. Das Gewehr, das manchmal auch Mosin Nagang genannt wird. Tatsächlich hatte Nagang keine große Rolle bei der Entwicklung gespielt. Er war der Besitzer einer kleineren Fabrik zur Waffenherstellung in Belgien und war nicht allzu sehr bekannt. Höchstwahrscheinlich wurde er zu dieser Ausschreibung eingeladen, um im Bedarfsfall Zugang zu westlichen Patenten bei vernünftigen Preisen zu erhalten, da solche Patente über staatliche Quellen viel teurer kosten würden, wenn das die schrecklichen Russen im Westen anfragen. Im Gewehr von Mosin sind Elemente, die nicht nur von Mosin selbst entwickelt wurden, enthalten, sondern auch solche von Mitgliedern der Waffenkommission, zum Beispiel von General Chagin. Die Patrone wurde hauptsächlich von Hauptmann Rogowcev entwickelt. Ein paar Elemente wurden vom Nagang-Gewehr übernommen. Nagang begam dabei eine enorme Summe Geld, die viel größer war als die Prämie von Mosin. Mosin bekam ca. 50.000 Rubel und Nagang ca. 200.000 Goldrubel. Diese Belohnungspolitik ist eher als eine Absicherung zu sehen, da zu dem Zeitpunkt nicht bekannt war, wie gelungen dieses Gewehr ist. Obwohl die Erprobungen gut gelaufen sind, stand viel auf dem Spiel. Wenn es im Umgang mit dem Mosin-Gewehr zu Problemen gekommen wäre, könnte man so ohne weiteres auf das Gewehr von Nagang umsteigen und es sogar lokal fertigen, da alle Patente abgekauft wurden. Man versuchte nicht alles auf ein Pferd zu setzen. Das war die letzte Umrüstung im 19. Jahrhundert nach einer langen Reihe von Umrüstungen. Das Gewehr von Mosin wurde in den Dienst der Armee gestellt. Es war das letzte Gewehr im Dienste der Armee des russischen Imperiums. Im 20. Jahrhundert kamen Pläne auf zum Austausch dieses Gewehrs gegen ein halbautomatisches, doch diese Pläne sollten nicht mehr im russischen Imperium realisiert werden.